Verteidig auf devil make cry oooh Nifi ein schal ein goldener Schlüssel Da bist du. Hier bin ich. Ja, wo soll ich denn sonst sein? Das ist nicht gut. Gut, dann geh ich halt wieder. Was für eine Welle? Ja, Tatsache, den kann ich überhaupt nicht mal verletzen mit der Axt. Was ist das denn für ein Kaffes? Ha! Und tschüss. Noch einer. Homerun! Und nun, die Fortsetzung. Oh, nee. Ich tue schon wieder. So, jetzt bin ich dran. Ach. Nein. Nee, nicht mehr. Ich glaube, wir sind bereit. Glaubst du? Ich glaube, das noch nicht. Nicht schon wieder. Oh, oh. Dann geh ich unten einfach her. Ha! 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 Äh! Äh! Hallo! Was ist hier für'n Scheiß? Super. Erste Bull. oh manno komm mal her du wie soll ich so überhaupt punkte zusammenkriegen wenn jedes mal so so oh nee hm Okay, dann muss ich unbedingt noch den Osiris dafür noch hochziehen. Geh weg mit der Kettlesäger! Geh weg mit der Kettlesäger! Geh weg mit der Kettlesäger! Geh weg! Geh weg! Geh weg mit der Kettlesäger! 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 Der Kerl geht mir jetzt schon irgendwie auf den Sack. Na? Okay, 42%. Immerhin noch ein A. Denkt man, damit kann ich vorerst mal zufrieden sein. Gut, danke fürs Zusehen, sag ich dann hier. Das waren jetzt auch schon wieder drei Videos. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Kapitel einfach wieder.